Die Stadt Kandel liegt in der Südpfalz im Landkreis Germersheim in Rheinland-Pfalz und ist Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Kandel. Geografie Kandel liegt am Nordrand des Bienenwaldes etwa 12 Kilometer von der französischen Grenze entfernt, 19 Kilometer südlich von Landau und 20 Kilometer west-nordwestlich von Karlsruhe in der oberrheinischen Tiefebene. Der Jahresniederschlag beträgt 735 Millimeter. Die Niederschläge liegen im mittleren Drittel der in Deutschland erfassten Werte. An 48 Prozent der Messstationen des Deutschen Wetterdienstes werden niedrigere Werte registriert. Der trockenste Monat ist der März. Die meisten Niederschläge fallen im Juni. Im Juni fallen 1,5 Mal mehr Niederschläge als im März. Die Niederschläge variieren kaum und sind gleichmäßig übers Jahr verteilt. An nur 16 Prozent der Messstationen werden niedrigere jahreszeitliche Schwankungen registriert. Wirt am Rhein, Jörg Grimm, Rheinsabern, Hatzenbühl, Erlenbach bei Kandel, Steinweiler, Winden, Minnfeld. Zur Stadt Kandel gehören neben Kandel selbst auch Minderslachen und Kandelhöfen. Ursprünglich war Kandel ein für die Südpfalz typisches Straßendorf. Das eigentliche Stadtgebiet gliedert sich in verschiedene Teile. Oberkandel, Mittelkandel und Unterkandel. Wegen der Größe des langgestreckten Ortes war zeitweise auch die Bezeichnung Langenkandel üblich. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg entstand südlich der Innenstadt die sogenannte Gartenstadt. In der Nachkriegszeit kamen diverse Neubaugebiete hinzu. Seit Anfang 2006 läuft die Erschließung des Neubaugebietes am Höhenweg. Geschichte Die ersten Erwähnung Kandels findet sich in einer Urkunde des Speyerer Bischofs Günther von Henneberg aus dem Jahre 1150. Dort ist ein Adelbrat von Kannele als Zeuge einer Schenkung genannt. Urkunden sprechen im Jahre 1348 von einer Kirche in Kandel, deren Entstehungsjahr sich jedoch nicht nachweisen lässt. Im Ich V. von Leiningen verpfändete 1374 zusammen mit weiteren Dörfern auch Kandel und Mindestlachen an den pfälzischen Kurfürsten Ruprecht I. Ab 1379 musste Kandel zwei Herren dienen, da die Herrschaft Gutenberg gemeinsamer Besitz der Grafen von Leiningen-Hardenberg und der pfälzischen Kurfürsten wurde. Aufgrund der pfälzischen Teilung 1410 fiel der wittelsbachische Teil der Herrschaft Gutenberg mit Kandel an Pfalz Graf Stephan, den Begründer des Herzogtums Pfalz-Zweibrücken. 1460 ließ Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz von seinen Freunden Friedrich der Siegreiche von seinen Feinden der Böse Fritz genannt, Kandel wegen eines Streits mit seinem Vetter Ludwig von Zweibrücken-Brandschatzen. Drei Jahre später übertrug Graf Scharfried von Leiningen seinen Anteil an Gutenberg an die Herren von Lichtenberg. Diese verkauften ihre Rechte bereits einen Tag später an den Kurfürsten Friedrich und den Zweibrücker Herzog Wolfgang. Die beiden pfälz-wittelsbachischen Linien verwalteten nunmehr die Herrschaft gemeinsam. Im Jahre 1475 wurde die anstelle des 1460 zerstörten Gotteshauses erbaute neue Kirche zu Ehren der Mutter Gottes und des heiligen Märtyrers Georg vollendet. Vier Jahre später übertrug Bischof Ludwig von Helmstadt dem Ritter Heinrich von Otterbach 30 Morgenecker auf der Hulteburg bei Kandel. Diese Burg stand der Überlieferung nach auf dem Holderbühl. Spätestens 1481 war das ortsansässige Rittergeschlecht erloschen. Letzter Namensträger war Ritter Egon von Kandel. Das Ritterlehnen ging an Hans von Helmstedt über. Mit Vollendung des Sankt Georg Sturmes 1519 entstand das heute noch bestehende Wahrzeichen der Stadt Kandel. 1525 beteiligten sich die Kandeler Bauern am Bauernaufstand. Anführer des Kandeler Haufe war der Schultheiß Matis Josel. Nach dem Tod von Kurfürst Otter Heinrich 1559 fiel der Anteil der Kurlinie an Guttenberg an Pfalz zwei Brücken. Neben der regierenden Linie dieses Hauses waren aber auch noch Nebenlinien mit Eigentümer. Zunächst Pfalz Wildenz, gefolgt von Pfalz Sulzbach, Pfalz Kleburg und Pfalz Birkenfeld. Die kroatischen Truppen von Leopold von Österreich plünderten im Verlauf des Dreißigjährigen Kriegs 1622 den Ort und steckten die Kirche und viele schöne Häuser in Brand. Auch zehn Jahre später, 1632, wurde Kandel noch mehrmals geplündert. Das Dach der Kirche, die von französischen Soldaten als Wachlokal genutzt wurde, brannte dann 1635 ab. Gegen Ende des Krieges 1644 verwüsteten die Truppen des französischen Marschalls Tourenne das Gebiet um Kandel, ein Ereignis, das sich 30 Jahre später wiederholen sollte. Bevor 1675 der kaiserliche Feldmarschall Raimund Fürst von Montecocoli in Kandel sein Hauptquartier aufschlug. Aufgrund einer Entscheidung einer der von Ludwig XIV. errichteten Reunionsgammern wurde die Herrschaft Gutenberg und damit auch Kandel 1680 als Teil der sogenannten Souveränitätslande dem französisch gewordenen Elsass einverleibt. Der französische König sah sich als souverän dieses Gebietes und betrachtete die dort regierenden deutschen Fürsten, darunter auch den Herzog von Zweibrücken als seine Lehnsleute. 1684 wurde in Kandel wieder eine katholische Pfarrei eingerichtet. Es war dies eine sogenannte Königspfarrei, da die Wiedergründung vom Straßburger Intendanten de la Grange als Vertreter der französischen Behörden ausging. Die Georgskirche wurde Simultankirche, nachdem an Weihnachten 1684 den Katholiken deren Chor zugesprochen wurde. Zwischen Chor und Schiff wurde eine Mauer errichtet, die jedoch bereits 1686 wieder abgebrochen wurde. 18. Im Verlauf des spanischen Erbfolgekriegs diente der Ort 1702 dem kaiserlichen Heerführer Ludwig von Baden, berühmt unter dem Namen Türken Louis als Hauptquartier, ebenso 1704 dem kaiserlichen Generalessimus Prinz Eugen von Savoyen, dem edlen Ritter und dem englischen Feldherrn John Churchill, Herzog von Malboure, sowie 1706 den französischen Generälen Luxembourg und Villas sowie dem Kurfürsten von Hannover. 1733 wurde Herzog Christian von Zweibrücken aus der Linie Pfalz-Birkenfeld alleiniger Herr von Gutenberg, allerdings unter französischer Oberherrschaft. Zwei Jahre später, nach dem Tod von Herzog Christian II., mussten der Schultheiß von Kandil und mit ihm die Schultheißen aller übrigen Orte der Herrschaft Gutenberg im Schloss zu Minfeld dem französischen König Huldigen. 1785 wurde das Kandiler Rathaus fertiggestellt. Die Saskülotten plünderten Kandil neun Jahre später und brachten unter anderem die Glocken des Georgsturmes weg. Im Jahr 1790 wurden die Orte südlich der Quaich dem Departement BAS Rhin zugeordnet. Kandil wurde Kantonsort und Sitz eines Friedensgerichts. 19. Unter den napoleonischen Truppen, die in Kandil Quartier machten, brach 1812 eine Typhos-Epidemie aus. Mehr als 600 Soldaten starben und wurden in drei Massengräbern auf dem damaligen Kandiler Friedhof, an der Stelle des heutigen Marktplatzes beigesetzt. Die Pfalz wurde 1816 ein Teil Bayerns, dessen erster König Maximilian I. Josef kam aus dem Hause Pfalz-Birkenfeld der letzten Herrscherdynastie über das Amt Gutenberg. Kandil blieb Kantonsort. Im tollen Jahr 1849, dem Jahr des Pfälzischen Aufstandes, errangen auch in Kandil die sogenannten Patrioten und die Umsturzpartei die Oberhand. Elias Fischer sowie die Brüder Philipp Franz und Adolf Martin Weigel und der zum Bürgermeister gewählte Philipp Rotas aus der Kandiler-Posthalter-Dynastie waren die herausragenden Köpfe der Patrioten. Bereits im Jahre 1864 erhielt Kandil einen Bahnanschluss. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts gab es dann auch Elektrizität im Ort. Kandil erhielt 1900 ein eigenes E-Werk. Neun Jahre später wurde die erste Kandiler Wasserleitung fertiggestellt. Ende des Ersten Weltkriegs 1918 wurde Kandil von französischen Truppen besetzt. 1937 erhielt Kandil die Stadtrechte. Der Zweite Weltkrieg endete für Kandil mit der Besetzung zuerst durch amerikanische, dann durch französische Truppen. Als Teil der französischen Besatzungszone kam Kandil am 30. August 1946 gemäß Verordnung Nummer 57 der französischen Militärregierung an das neu gegründete Land Rheinland-Pfalz. 1958 wurde die Sankt-Piuskirche eingeweiht und das Simultanium von 1684 aufgehoben. Im gleichen Jahre wurde bei Bauarbeiten in der Goethe-Straße ein römisches Grab mit wertvollen Grabbeigaben gefunden. Datiert wurde es auf das frühe 4. Jahrhundert nach Christus. Die Grabbeigaben befinden sich im Museum in Speyer. Der Steinsarg steht im Sankt Georgsturm. 1965 erhielt Kandil die Europa-Fahne und die Aristide-Briand-Gedenkmedaille. Ab 1984 wurde das Gewerbegebiet des Horst erschlossen. Kandil feierte 2001 mit einjähriger Verspätung seine 850-Jahr-Feier mit einem Stadtfest. 2005 wurde mit dem Bau einer neuen Sport- und Mehrzweckhalle begonnen und der renovierte Bahnhof eingeweiht. Ein Jahr später begann die Erschließung des neuen Baugebiets am Höhenweg. Außerdem wird seit Frühjahr 2006 Dekasekunden-Stadtbild von Kandil unter anderem durch die Binnwald-Biene geprägt. Die Biene ist ein mit Fühlern knapp 2 Meter großes Standbild. Sie ist in bunter Bemalung im Stadtgebiet anzutreffen. Kandilabien Wenn nicht gesondert aufgeführt ist die Quelle der Daten das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz. Ende des Jahres 2013 waren 37,7% der Einwohner evangelisch und 31,5% katholisch. Die übrigen gehörten einer anderen Religion an oder waren konfessionslos. Im Jahr 1871 waren von insgesamt 3.383 Einwohnern 2.357 evangelisch, 1.009 katholisch und 17 jüdisch. Politik Der Stadtrat in Kandil besteht aus 24 Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in einer personalisierten Verhältniswahl gewählt wurden und dem ehrenamtlichen Stadtbürgermeister als Vorsitzenden. Die Sitzverteilung im Stadtrat, Bürgermeister 1955 zu 1989, Oskar Böhm, 1989 zu 2004, Christa Loret, seit 2004, Günther Thieleburger. Die Wappenbeschreibung lautet, in blau ein gestürztes silbernes Schwert mit goldenem Knauf beseitet von je zwei übereinander stehenden sechs strahligen goldenen Sternen. Es wurde 1856 vom Bayerischen König genehmigt und geht zurück auf ein Gerichtssiegel aus dem Jahr 1490. Kandil pflegt seit 1961 eine Partnerschaft mit Reichshoffen in Frankreich und seit 1966 mit Whitford in Großbritannien. Kultur und Sehenswürdigkeiten Bauwerke Kirche Sankt, Georg, Katholische Kirche Sankt, Pius, Dampfnudeltor von 1660, Rathaus Barockbau von 1773 zu 1783, Schafhaus das älteste Fachwerkhaus Gandels. Siehe auch, siehe auch, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Industriegebiet Kandilhorst liegen drei Diskotheken von denen zwei zur Zeit geschlossen sind. In Kandil selbst befinden sich insbesondere in der Haupt- und Rheinstraße mehrere Gaststätten, Bistros und Weinstuben. Zu einer Touristenattraktion hat sich der 2006 eröffnete Hochseilgarten Fun Forest entwickelt. Mit zwei internationalen Bildhauersymposien 1993 und 2009 entstand der Skulpturenweg Kandil. Er ist gleichzeitig ein Teilstück des Skulpturenwegs Rheinland-Pfalz, Sporteinrichtungen Bienwaldstadion, Tennisplätze, BMX-Bahn, Skaterplatz, Waldschwimmbad, mehrere Sporthallen, Bogensportgelände, Fitnessstudio, regelmäßige Veranstaltungen 2. März Sonntag, Bienwaldmarathon. Letztes Mai-Wochenende, Mai-Markt mit verkaufshoffenem Sonntag, August, im jährlichen Wechselstadtfest bzw. Mitternachtsverkauf. Letztes Oktober-Wochenende, Oktober bzw. Gallus-Markt mit verkaufshoffenem Sonntag, Adventwochenenden, Christkindlmarkt, Wirtschaft und Infrastruktur. Verkehr Kandil ist mit den drei Anschlussstellen Kandil-Nord, Kandil-Mitte und Kandil-Süd an die Bundesautobahn 65 angeschlossen und liegt an der B9. Außerdem beginnt bei Kandil die B427 in den Pfälzerwald. Der Bahnhof Kandil liegt an der Bahnstrecke Winden-Karlsruhe und ist Regionalexpress-Halt. Verbindungen gibt es in Richtung Karlsruhe und in Richtung Landau in der Pfalz. Der Bahnhof wurde im Jahr 2005 komplett renoviert und modernisiert. Die Wirtschaftsstruktur Kandil ist geprägt durch Handel, Dienstleistungen und Handwerk. Größere Industriebetriebe vor Ort sind Eichenauer und David und Bader, beides Unternehmen der Elektroindustrie. Grundlage für Kandilsruf als Einkaufsstadt ist eine große Zahl an Fachgeschäften, insbesondere in der Kandiler Innenstadt, aber auch im Gewerbegebiet Horst im Stadtteil Minderslachen. Neue Wege geht der Einzelhandel seit einigen Jahren durch den alle zwei Jahre stattfindenden Mitternachtsverkauf. Nach wie vor existieren in Kandil einige große Landwirtschaftsbetriebe, die sich größtenteils auf Sonderkulturen wie Zuckerrüben, Tabakbraugerste, Spargel oder Obst spezialisiert haben. Zudem gibt es zwei Weinbaubetriebe. Kandil ist Sitz der Sparkasse Germersheim Kandil. Behörden als Sitz der Verbandsgemeinde Beherberg Kandil auch deren Verwaltung. Zur Verbandsgemeinde gehören ferner die Orte Erlenbach bei Kandil, Freckenfeld, Minnfeld, Steinweiler, Wollmarschweiler und Winden. Zudem ist die Stadtsitz des Forstamtes Bienwald, zweier Notariate sowie Sitz einer Straßenmeisterei und einer Autobahnmeisterei. Kandil ist Sitz eines Amtsgerichts, das zum Landgerichtsbezirk Landau in der Pfalz und zum Bezirk des Pfälzischen Oberlandesgerichts zwei Brücken gehört. Das frühere Kreiskrankenhaus des Landkreis Germersheim wurde privatisiert und firmiert nun als Asklepios Südpfalz Klinik Kandil. Hierbei handelt es sich um ein Akutkrankenhaus der Regelversorgung mit den Fachbereichen Innere Medizin, Chirurgie, Anästhesie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Intensivmedizin und HNO. Zudem gibt es in Kandil eine breite Auswahl an niedergelassenen Medizinern diverser Fachrichtungen, drei Apotheken, Massage- und Physiotherapiepraxen. Außerdem ist Kandil Sitz einer Rettungswache der Rettungsdienst Südpfalz GmbH des DRK. In Kandil gibt es eine Grundschule, eine Realschule und eine integrierte Gesamtschule. Außerdem existiert eine Volkshochschule. Persönlichkeiten, siehe auch.